Jetzt fangen wir an. Ich finde das voll cool, wie die da so abgehen. Ich weiß, das passiert so nie im echten Leben, aber... Traumpaar, wa? Das Flex nicht gestreckt, es kann Rainer nicht mehr sein. Wir achten auf den Teiss, aber nicht auf den Preis. Vergesst die eigene Zeit, es wird nie wieder so sein. Langsam wird es Zeit für meine allererste Eins. Ja brate, kein Problem, wenn wir zu dir gehen. Ich finde das Kleid z.B. steht jetzt nicht so gut, aber hey. Schaut euch die Wahl an, das ist schon... Hübsch. Solltest du verstehen, wenn irgendwo nach Gelb bringt dann auch vom Problem. Und wenn ich nichts zu natzen hab, therapie ich meine Dealer. Ich war einmal nüchtern, aber werde ich nie wieder. Wir tragen Gucci und nicht Filas. Ich leg den Pansativa, verrückter Ukrainer. Aber sie singen meine Lieder. Habe ich direkt Lust mitzuwippen, so. Also wenn ich mich demnächst mit so einer Gucci Cap rumlaufen sehe, dann wisst ihr ja wieso. Und weshalb, warum. Wie sympathisch bitte, schaut mal. Also entweder habe ich echt einen Schatten. Ich habe einen Schatten, aber... Schaut einmal hier, warte. Jetzt, warte. Das ist doch sympathisch, oder? So voll so... Coole Menschen. Ich will nicht mal nach dem Preis. Gucci, Gucci. Ja, Bruder. Aber hey, wenigstens beleidigt dieser Kino und sagt so... Ey, deine Alte steht nackt für mich hinterm Herd. Ne, seine Alte ist es, die, wo nackt hinterm Herd steht. Also beziehungsweise seine Frau. Wir wollen uns jetzt nicht ermächtigen. Die Frauen von anderen Männern. Alten... Alte nennen wir. Genau. Ich habe dich nur zitiert, Bosse. Aber sie singen meine Lieder. Und wenn ich's nicht zu natzen hab, therapierest meine Lieder. Also egal, was wer sagt, aber Kappi hat einen Schatten. So glaube ich. Aber auf eine coole, sympathische Art. Das ist jetzt nichts Schlimmes. Oder Negatives in der Art, aber... Normales Kappi nicht. Ich war einmal nüchtern, aber werde ich nicht... Safe. Da haben sie besprochen. So jetzt bei 1, 2, 3. Dann fangen wir beide gleichzeitig an. Schauen wir ihren Blick an. Pass auf. Und jetzt wahrscheinlich. Aber die Blonde ist fast nicht im Video zu sehen. Ja, voll krass. Schauen wir haben sie sich dann hier. Klar zu. Super gemacht. Sagt er auch. Super gemacht. Gehen sie nach Hause. Doch, schau. Deswegen meine ich. Dass es ja nicht ganz normal sein kann. Hey. Ich bin zu langsam. Da merkt man, ich bin kein Computerfreak. Krass. Okay. Ne. Hab mir gefallen. Ich hoffe ihr habt jetzt auch ein Ohrwurm. Ta 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 ta. Das war's in dem Sinne von mir. Ich mach ein bisschen das Mikrofon. Leise. Ja, Freunde der Nacht. Ich bedanke mich, dass ihr jetzt dabei wart. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Euer Alec. Haut rein. Ja. 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 Vielen Dank.